Nein! Nein! Fokus auf dich! Weil ich mal Video-Bilder bin! Weil ich mal Video-Bilder bin! Ne, jetzt ist Fokus auf dich! Ah! Alter! Oh, da ist ein Geheimwicht drin! Ja, 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 ja! Von unten, aber unten, unten! Yay! Nix, yay! Weiter runter! Okay! Komm! Komm, Lüntel! Lüntel! Huh? Hier! Nein! War schon wieder! Oh! 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 Ah! Dankeschön! Was so ne krasse Schelenke! Ah! Hahaha! Hör mal! Homo! Äh! Ha! Alter nein! Wir sind mal deswegen gestorben! Nur wegen dir! Nur wegen dir! Was rauskommt! Ich? Ja, weil ich länger bin! Mach das schon wieder! Genau wie! Ja, genau wie ich gerade! Warte! Geh mal voll ab, wenn die schräg stehen! Warte mal! Geh mal! Geh mal! Oh! Jetzt komm! Geh mal da rüber! Ja, dann lass mir! Oh! Ja! Wah! 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 Wenn ich automatisch wieder einspringen! Ja! Nein! Ja! Das war doch fair. Super fair war das. Genau, er war da voll in den... Nein! Er war da... Das war voll in den Super-Combo. Verstehst du es? Nee, können wir hier durch? Ach, weißt du was? Ich glaube, das ist die beste Methode. Huh? Nein! Nein! Ja, voll schwer. Ich sage, wartet da oben. Wenn du nicht mein Leben verlierst, ne? Wie geht es dir mit dir? Der war gut. Das ist so blöd. Bitte nicht schlafen. Oh, einfach, einfach. Man muss nur gucken, wie der stirbt. Oder wie der läuft. Ah, du warst da. Ja, ach, wer denn sonst? Der war immer richtig gut. Sehr gut. Ja! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, nein! Nein! Mann! Das war das Sterben, wenn ich nie gedacht habe. Oh, Mann! Der geht da hoch, er kann fliehen und schafft er nicht so hoch zu kommen. Ja, ich wollte dich nur ärgern. Xeer. Nein! Oh, dieses Dreckswasser. Oh, dieses Dreckswasser. Fuck, so kann ich gar... Na, genau! Der war noch besser. Der war echt gut. Der war echt... Aber ich habe richtig viel Leben gehabt. Oh, noch ein Bowser-Kopp. Ich auch. Aber auch ein Leben. Okay, dann haben wir... Na, wir haben viel. Ja, aber auch viele Bowser-Köppe. Weißt du? Wie schade, so ein Pech hier aber auch. Oh, mein Gott. Ich finde... Nein, 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 nein! Nein! Shit, shit, shit! Ja, ja, ja! Ja! Wer hat getroffen? Ich? Nein! Du warst an der Blase. Ich bin doch gerade rausgekommen. Da müssen wir einen Slow-Mo machen. Ich weiß jetzt nicht, wer. Ich? Ich glaube nicht. Nein. Ich gucke jetzt nach. Moment. Ich bin mal... Ich bin mal kurz zur Aufnahme gestoppt. Warte, warte. Es ist mir egal, ich gehe jetzt so zum PC. Okay. Ja, aber... Shit, shit, shit! Ja, ja, ja! Ja, da er... Ich? Nein, 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 nein! Shit! 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 Ja! 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 Wer ist offen? Okay, er hat gewonnen Nein! Nummer 10 Level Da war noch was! Ja, was gehst du denn da rein? Warum kommst du denn hinterher? Ja genau, komplett runter Da geht man tot Ich schwebe Nicht mehr lang Mach Ich würde aufgehen, Alter Ach Zeit um! Du Arschloch! Du hast mir nicht gewarnt Ja, ich hab extra gewartet Wirf das Paul jetzt Komm mal mit hoch, geht das? Ist ja blöd Ich hab kein Boah! Du musst hier mit Sprengarbeiten Wuh! Yeah! Den kriegen wir Komm schon mal genau den Aber ging Toll Toll Nein! Fuck! Mann Was? Alter! Wuhu! Jetzt komm! Ja, da bin ich doch schon Nein! Meiner! Jetzt Opfer nicht an ihm für den Pilz! Mach das doch gar nicht! Geh ganz locker hier raus! Ah, sehr gut! Oh, heiß! Nein! 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 Maaah! Weil jetzt glaub's wie gedoodelt, ey! Gedodelt! Wie gedoodelt! Wie gedoodelt! Er blieb's! Also Special Fähigkeiten meinte ich Alter! Oh! Da war jetzt echt sehr viel drin Toll! Der geht ja genau! Warte! 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 Schwing dich! Schwing dich! Schwing dich! Schwing dich! Wie geil! Was ist hier? Hat dich die Sprenger so geil gemacht? Das sah vielleicht geil aus! Hilfe! Komplett! Ach cool! Ach cool! Ach cool! Alter! TASS! TASS! Sagt der, der gar nichts kann hier, siehste? TASS! Er, er macht TASS! Ja, nur weil du das nicht kannst, ne? Hahaha! So nach dem Motto, nein, da ist nur... Ne, du weißt schon! Ne Münze! Oh! Hä? Nein! Ich wollte grad sagen, oh, guck mal, die, die, äh, Fahne ist jetzt mit Mario bestückt! Und dann hast du das noch geschafft! Spring! Genau, ich hab ne Chance, ne? Ja! Ah! So, stoppt geil! Was war das denn? Der Tickler kann man wieder weg! Oh! Oh! Hör doch! Ist doch dumm, ne? Das bringt einfach... Du bist Teamwork machen! Alter, du bist so scheiße! Alter, ich wollte dir ein dauernd Leben! Was ist denn los? Ja, weswegen wohl? Geh noch im leichten Level! Ja, geh mal zum leichten Level! Da hab ich noch Münzen! 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 Tschüss, du Flasche! War sinnvoll! Ich kann froh sein, dass wir so viele Leben haben, ey! Eins weniger! Alter Peter! War aber nicht gut! Nur noch hier ein Problem auseinander! Das ist immer sehr schnau! Hä?! Du hast den abgeblockt mit dem Scheiß da. Ja, sehr gut. Das kann nicht sein. Doch, erweiterte Level. Sehr gut. Ja, so ist Gott. Ach ja, da kam er mal drunter. Alter, wie er nicht draus lernt, geil. Ey, Peter. Wie glattert war. Oh, perfekt, Peter. Ach, befreu mich, befreu mich. Und, lauf weiter. Machst du blöd, lauf weiter. Ja, mach. Dreimal oder so, oder was war das? Ich bin tot. Alter, du verkeigst da, Omo. Wie konntest du denn da sterben? Weißt du, der hat den Festhals scheiß. Und war ich trotzdem noch. Ich hab bestimmt morgen ein Zünder. War noch hoch. Scheißegal, ich fährst so da rein. Boah, das war der einfachste Level von dem ganzen Boulevard. Wieso ist das denn? Also, im Prinzip... Also, ich merk mir jetzt die zwei. Und du merkst du den Bowser. Ich hab'n. Ja, fuck. Von dem anderen hab' ich mir gar nicht gehört. Scheiße, ich hab' den weggeschmissen. Ja, geil. Boah, sind wir behindert. Ja, nimm' mich jetzt auf irgendeinen. Das ist egal. Ja, toll. Du hast den Bowser. Nein. Nein, hab' ich nicht. Du hast den Bowser. Der Bowser war den gelben. Hä? Du solltest dir den Bowser merken. Ich hab mir den Bowser gemerkt und den Bowser genommen. Wie geil bin ich denn? Ja. Du, ey, das ist der beste Tod ever. Das ist so blöd. War ein Experiment. Können wir da nicht rein? Ja, nochmal. Ich wollt schon sagen. Du bist gestorben. Du Arsch. Wie gut. Warte mal. Da ist was. Pass auf. Hol' uns. Hä? Du Wichser. Jetzt kriegst du das, weil die Blume da noch liegt. Sag ich doch. War so, ist doch gut. Ja. Da ist aber auch nichts mehr. Alter. Komm. Komm, Knecht. Nein, er geht weg. Komm. Ja. ischer estrut. Schrei. Ich Claak. Ich komme.